Hallo, willkommen zum nächsten Video. Marina mit Robin. Ihr klingt nicht genug von Robin, wir wollen mit Robin öffnen. Weil wir anscheinend vielleicht Glück haben. Das letzte Mal gesehen hat, ja, wir haben wenigstens mal eine Fauna Holo gezogen. Deswegen öffnen wir die Lieblingstin von mir aus dem Jahre 2020, was ja kacke war. Aber die Tin war cool, deswegen öffnen wir die. Wir haben jetzt schon 2021, der zweite Sonntag im neuen Jahr. Und deswegen hoffen wir ja, dass wir was Gutes ziehen. Aber Pokémon-Produktechnik war 2020 cool. Ich fände, dass sie auskamen. Klar, aber das... Für den ganzen anderen Scheiß war es nicht cool. Wir kennen ja den ganzen Inhalt hier, aber ich kann euch trotzdem nochmal die zeigen. Die habe ich ja so oft geöffnet. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe die einmal im Video geöffnet, einmal im Battle gegen Niki geöffnet, im Livestream habe ich ganz viele davon geöffnet. Also da ging gut ab. Und... Was hat man da so schönes drin? Ja, Welt im Wandel ist jetzt irgendwie das neue, ähm... Dann fangen wir an. Ich fange mit Sonnen und Base an, der Gas darf anfangen und dann Welt im Wandel. Und dann gucken wir mal, ob da heute deine Rainbow-Finger wieder am Start sind. Du hast gesagt, du willst die Rainbow-Ziele. Holst sie dann, ne? Ich mache die Gold-Finger, ja. Bist du bereit für Gold? Ja. Ja? Ich weiß noch nicht, ob ich hier drin schon Gold mache, aber irgendwo wird es Gold geben. Und die Sonderbaumung, siehst du, geht schon gut los. Das ist aber nichts mehr wert, weil es nicht überprintet ist. Ist das überhaupt noch spielbar aktuell? Ja, weil es in Sonnen und Base drin war. Äh, es ist Sonnen und Schild, ja, genau. Mangunior, Paras, Colossal-Reverse und... Smedbo! Smedbo, nix. Butterfree! Direkt auch wieder weiter? Ja, ja, bitte. Direkt weiter mit Welt im Wandel? Sind das die gleichen... Ja, nein. Die gleichen Sets? Ja. Nee, vorher war nicht Sonnen und Base, sondern wir hatten... Schon in der Wester, aber sonst war die gleich. Aber es hätte Evolution drin sein können in den Tins. Das ist ja krass. Sonnen und Base. Deswegen... Schauen wir mal. Energie. Zierklopp. Professor Eichs Vorbereitung. Verkokel. Geronimatz. Mirapla. Trassler. Zankabu. Seemobs. Mebrana und... Die ist doch fast golden, oder? Also irgendwie... Ja, es ist... Bringt der Jute Robin mir kein Glück. Heute. Ja, du hast halt dir schlecht abgehoben. Die Westerin. Na, gucken wir mal. Dann zieh du halt jetzt eine gute Karte. Ja, ich hoffe doch sehr, dass ich mal was Gutes ziehe. Also eine Holo muss mindestens aus der Tin rauskommen, sonst ist es eine traurige Tin. Aber wir haben ein Furnifras. Peligon. Gewöhnliche Angel. Hoppolo. Mein Starter übrigens. Ich weiß nicht, was hast du genommen als Starter? Ist aber schon wieder ein Jahr her? Das gleiche. Und auch noch das gleiche Spiel. Was für ein Zufall. Pikachu. Fatalité. Wolli. Muschas. Reverse Zwarlock und... Nein. Muschas, gracias. War aber nix. Darf ich mich bei den Pokémon bedanken. Für nix. Achso, ja, das ist aber kein Hit. Und außen sieht man den nicht, weil den nebenwild legen. Aber Leute... Wir haben ja noch ein letztes Booster. Aber wir haben noch Reverse... War das eine Rare? Irgendwo gezogen. Ja, Kolosan war glaube ich eine Rare, ne? Wenn ich das richtig schaffe. So, dann... Wir haben irgendwie den Opening-Record geknackt. Schnellste Opening-Era auf YouTube. Kann man sich öfter angucken. Genau. Und das war's leider. Aber in diesem Jahr soll richtig viel kommen. Jeden Sonntag mindestens ein Opening. Hoffentlich klappt's. Werden wir die Produkte alle bekommen. Man weiß ja schon, dass viele Produkte schon wieder... Wie heißt es? Nicht overprinted, sondern unterprinted sind. Aber ich weiß den englischen Begriff dafür nicht. Underprinted vielleicht? Ja, ihr wisst ja. Mein Englisch ist nicht so gut. Und damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bye, bye.